Ja, es gibt Tage, da ist das ganz schön eng hier. Ja, das habe ich heute früh auch bemerkt. Klar, Wochenende, Corona. Es ist zwar viel los, aber es ist immer noch Wasser. Klar, es ist immer noch Wasser. Aber nicht nur am Wasser, sondern auch darauf ist es in diesem Sommer ganz schön, na sagen wir mal, belebt. Das merkt auch Philipp Heindl. Er betreibt einen Bootsverleih an einem Hamburger Alsterkanal. Und so sieht sein Steg an einem sonnigen Samstag aus. Der Unterschied zu sonst? Letztes Jahr war es so, dass bei absoluten Top-Temperaturen von 30, 35 hier der Steg gestürmt wird. Jetzt reichen schon 25 Grad. Wenn ich das hier so sehe, dann spielt Corona den Bootsverleih an in die Karten. Ruder- und Tretboote gibt es natürlich immer noch. Die Daheimgebliebenen bevölkern die Wasseroberfläche in diesem Jahr aber am liebsten auf dem SUP. Das steht für Stand-up-Paddling, was besagt, dass man idealerweise im Stehen paddelt. Nicht immer ganz einfach bei der Verkehrssituation. Ich bin gerammt worden, das war voll mies von hinten. Da habe ich auch nicht kommen sehen. Das erhöhte Risiko, ins Wasser zu fallen, scheint allerdings nicht unattraktiv zu sein. SUP nicht vor 16,30. Tut mir leid. Rund 300 SUP-Schulen gibt es mittlerweile in Deutschland. Sie sind laut dem Deutschen Wellenreitverband in diesem Jahr komplett überlastet. Als gemeinsamer Haushalt lässt sich bei diesem Sport aber auch Platz sparen. Die Alst hat auch nur eine gewisse Kapazität. Also wir können gar nicht ohne Ende rausgehen, weil sonst können wir von einem Board oder von einem Kanu zum nächsten springen. Gut, springen ist auf dem Wasser eh keine so gute Idee. Stattdessen gibt es ja noch sowas wie eine Wasserstraßenverkehrsordnung. Ich denke, wenn alle sich einigermaßen an die Verkehrsregeln halten, nur schön rechts, ausweichen, der Person ein Schiff hat, dann wird das schon gehen. Aber auch da gibt es Interpretationsspielraum. Rechts vor links und immer schreien, wenn jemand im Weg ist, ne? So was in die Richtung. Es kann aber auch mal was Größeres im Weg sein. Denn auf der Alster verkehren immerhin auch 16 Ausflugsboote für Rundfahrten. Und die bekommen inzwischen manchmal so ihre Probleme. Man muss wirklich oft abbremsen, weil dann, wie gesagt, es sind viele Leute unterwegs, die das Boot dann auch nicht so 100 Prozent beherrschen. Da muss der Kapitän auch schon mal den Rückwärtsgang einlegen. Ich persönlich sage jetzt lieber einmal mehr als einmal zu wenig, ne? Jürgen Sawatzky hat schon so manches Dienstjahr auf der Alster hinter sich. 32, um genau zu sein. So voll wie jetzt war es noch nie, sagt er. Diese Stand-Up-Paddler, das ist die letzten Jahre richtig explodiert. Die sind schnell und auch sehr wendig, diese kleinen Brettchen, da muss man völlig aufpassen. Das ist echt einer der Hotspots hier. Voll ist es auch, weil immer mehr Freizeitsportler mit ihren eigenen Boards anreisen. Einsteigermodelle zum Aufpumpen für schmale 300 Euro gibt es neuerdings zuhauf bei Discountern und Baumärkten. Das bietet sich einfach an, weil man schnell einen Rucksack packen kann, ins Auto oder auch in die Bahn geht das natürlich auch. Also es ist eigentlich ganz lustig, wie schnell das irgendwie plötzlich gegangen ist. Also vor, keine Ahnung, drei Jahren oder so war das bestimmt noch nicht so viel. Stimmt. Im vorigen Jahr wurden Schätzungen zufolge 120.000 SUP-Boards in Deutschland verkauft. 2020 waren es um die 200.000. Allein im ersten Halbjahr. Noch kritischer wird es für die motorisierte Schifffahrt übrigens in den Abendstunden, wenn der Wassersport mit einer weiteren Freizeitaktivität kombiniert wird. Wir begrüßen natürlich auch unsere touristischen Freunde auf der Seeweg. Willkommen, willkommen in Hamburg. Je mehr Alkohol, je mutiger werden sie und dann kommt das doch auch schon zu den Versuchen, dass sie dann die Alzerstücke wirklich rammen wollen. Irgendwann hört der Spaß dann eben auch mal auf. Und was, wenn es nun die nächsten Jahre noch voller wird? Dann gehe ich hoffentlich in Rente.